Musik Tanja Schlatter aus der Foss geniesst Herbstferien mit ihrer Familie in den Bergen. Die heute 36-Jährige zweifache Mutter ist mit 22 mit der Diagnose Endometriose konfrontiert worden. Eine Krankheit, die einerseits starke Schmerzen während der Periode verursachen kann, aber auch oft für ungewollte Kinderlosigkeit verantwortlich ist. Der Dr. Peter Fehr ist Chefarzt Gynäkologie im Kantonsspital Graubünden. 10-15% aller Frauen im gebärfähigen Alter sind von Endometriose betroffen. Alle Frauen haben Symptome des Schmerzes und auf der anderen Seite haben sie Symptome der Unfruchtbarkeit. Je nachdem, was bei der Frau im Vordergrund liegt, muss man auch die entsprechenden Symptome angehen. Wenn eine Frau die Unfruchtbarkeit im Vordergrund hat, dann macht man Kompromisse, was den Schmerz betrifft. Und auf der anderen Seite, wenn eine Frau z.B. eine abgeschlossene Familienplanung hat und Kinder hat, dann muss man nicht mehr Rücksicht nehmen auf die Fruchtbarkeit und kann wirklich gezielt durch Schmerzen gehen, was auch beinhalten kann, dass man z.B. eine Gewährmutterentfernung machte. Bei Tanja Schlatter ist damals natürlich noch der Kinderwunsch im Vordergrund gestanden. Sie und ihr Mann hatten zu diesem Zeitpunkt zwar schon ihre Tochter, die Anina, trotzdem haben sie sich noch ein zweites Kind gewünscht. Der Wunsch wäre natürlich schon da gewesen, dass möglichst schnell die Schwangerschaft kommt und dass sie eben keine Operation machen muss, sondern dass eigentlich zuerst der Kinderwunsch in Erfüllung geht und man nachher schauen kann, wie man mit der Endometriose weitergeht. Aber als das nicht geklappt hat, wusste ich auch, dass ich diese Operation machen muss. Es ist einfach wichtig, dass es mir besser geht und mit der Hoffnung, dass ich trotzdem noch schwanger werden kann. Bei Tanja Schlatter haben die Endometriosezellen neben dem Beckenbereich auch bereits der Darm befallen. Entsprechend hat ihr Dr. Peter Fehr einen operativen Eingriff zur Entfernung der verschiedenen Endometrioseherde empfohlen. Bei der Fr. Schlatter haben wir in einem gemeinsamen Eingriff mit den Visteralkirurgen, also mit den Darmchirurgen, haben wir sämtliche Endometrioseherde entfernt. Hier ist aber anders gesehen. Da haben wir natürlich Gebärmutter, die Eierstöcke, Eileiter erhalten. Wir haben auch das betroffene Darmstück entfernt und haben eigentlich die Anatomie wieder hergestellt. Also wir haben die intensiven Verpackungen, Verwachsungen gelöst, sodass auch die Eileiter, die Eierstöcke wieder ihre Beweglichkeit bekommen haben nach der Operation. Nur 25-30% von allen Frauen, die die Familienplanung zum Zeitpunkt der Operation noch nicht abgeschlossen haben, werden innerhalb eines Jahres nach dem Eingriff spontan schwanger. Entsprechend glücklich war Tanja Schlatter, die schon zwei Monate nach der Endometrioseentfernung spontan schwanger wurde. Es war wunderschön, als nach so kurzer Zeit wirklich eingetroffen ist, dass ich noch spontan schwanger werden durfte. Nachdem es eben geheißen hat, es wäre wahrscheinlich eher mit künstlicher Befruchtung möglich. Es war ein riesiges Geschenk, dass wir das erleben durften, eine Schwangerschaft und uns noch einmal freuen auf ein zweites Kind. Szenenwechsel, zu Hause bei Sibylla de Marmels. Auch die zweifache Mutter aus Rium ist mit der Diagnose Endometriose konfrontiert worden. Sehr starke Schmerzen bei der Periode hat sie schon seit dem Teenageralter gehabt. Also ich habe meistens so starke Bauchkrämpfe gekriegt und Rückenschmerzen. Also das war so ein Gefühl, man hätte es nicht beschreiben können. Ich habe eigentlich nie mit jemandem darüber geredet, ich hätte zwar auch eine Schwester oder eine Kollegin darüber reden können, aber für mich war klar, das gehört dazu, das ist jetzt einfach so. Und ja, ich habe mich eigentlich auch nie beschwert bei den Ärzten oder irgendetwas. Ich habe dann einfach immer die Tabletten geschluckt und habe es dann so durchgekriegt. Aber ich hatte auch starke Blutungen. Also ich bin wirklich drei Tage während der Mens, bin ich wirklich wie flach gelegen. Also und jetzt muss ich sagen, nein, es gehört ja nicht dazu. Es ist ja nicht normal, dass man so Beschwerden hat während der Mens. Und ich würde wirklich allen anrufen, die das haben, um einmal abzulassen zu lassen, ist die Endometriose vorhanden oder nicht. Weil bei Sibylla de Marmels die Familienplanung zum Zeitpunkt der Diagnose Endometriose abgeschlossen gewesen ist, ist das Ziel des Eingriffs von Dr. Peter Fehr in erster Linie die Schmerztherapie gewesen. Wir haben die Viren dann eine ausgedehnte Operation gemacht mit Gebärmutterentfernung, inklusive Entfernung von dem Bandoperat, der befallen war, und der Knotung der Endometriose zwischen der Vagina und dem Darm. Wir haben auch alle Verwachsungen gelöst, die sie hatten. Es hat intensive Verwachsungen gehabt. Und der Darmspezialist hat dann noch das betroffene Darmteil ebenfalls entfernt. Der Sibylla de Marmels geht es heute gut und ihre Schmerzen sind weg. Sie würde den Eingriff auf jeden Fall nochmals machen lassen. Rückblickend schaut sie es auch gar nicht mehr als selbstverständlich an, dass sie trotz damals noch nicht diagnostizierter Endometriose zwei Kinder gekriegt hat. Weil ich so befallen war mit Endometriose, muss ich sagen, das ist wie ein Wunder, dass ich ein Kind habe. Und ja, man schätzt wahrscheinlich doppelt so. Fest, wie wenn man das jetzt nicht gewusst hätte. Für Sibylla de Marmels und Tanja Schlatter ist trotz der Diagnose Endometriose einerseits der Kinderwunsch in Erfüllung gegangen, andererseits liegen sie auch nicht mehr unter den grossen Schmerzen, die diese Erkrankheit bei ihnen verursacht hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.